... den Tanken geben. Damit war ich nicht einverstanden. Hätte ich das Geld offiziell verbrauchen dürfen, würde ich Goldfisch, Rollschuhe oder einen Wellensittich erstanden haben. So aber konnte ich das nicht. Er war sehr dick und pompös geworden, bestand aber darauf, wie früher, Kurti genannt zu werden. Wir gingen in ein Restaurant, um zusammen eine Flasche Wein zu trinken. Ich versuchte zuerst, Konversation zu machen, indem ich von meinen Vergangenen, wo ich stand, dort war auch mein Musikant, der nie verschwand. Weich verliebt, dann geigte er ein paar süße Töne mehr, sprach einmal ein Streitfunk-Saune, nahm er meistens die Posaune bei bester Lauf. Daraufhin sage ich, guten Tag, ich heiße Doris und bin getaubt und christlich und geboren. Daraufhin sagt Herr Kripp, Sie können den Satz haben. Und die Mädchen hassten mich alle und waren darauf voll Egerfurcht auf mich. Nach der Probe saus ich auf mich. Und ich wurde ein lachendes Wein, weil nichts ihnen steht. Und was war ich voll Dank, und ich seufzt, sind's leine, und ein's draußen, der da sicher hält. Und was ist das, dass er nach column geht. Untertitelung des ZDF, 2020